Mein Name ist Caroline Schmidt. Ich bin Beraterin und Trainerin bei Kegern und beschäftige mich gleichzeitig auch viel mit der inhaltlichen Weiterbildung und Weiterentwicklung unserer internen Inhalte. Das heißt, als Beraterin helfe ich Kunden auf ihrer agilen Transformation. Das geht dann von Scrum-Teams bis zu ganzen Programmen und Portfolio-Management. Und als Trainerin gebe ich in Workshops und Trainings so ein bisschen als inhaltliche und theoretische Rüstzeug, um so eine Transformation zu vollziehen. Agilität im Kundenkontext bedeutet für mich vor allem einmal nach außen, dass unsere Kunden und die Unternehmen nah am Markt sind, Kundenfeedback, auf die Kundenwünsche schnell eingehen können. Das heißt einfach da Flexibilität und auf Schnelligkeit zeigen und gewinnen. Und intern bedeutet das für mich auch viel eine Kulturveränderung zu schaffen. Also die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, auf eine gewisse gemeinsame Wertebasis zu bringen und da eine gute Grundlage zu schaffen, in der es einfach Spaß macht zu arbeiten.